Über die vergangenen zwölf Jahre ist der DokuPerformer gereift. Heute besitzt er neben seiner ursprünglichen Kernkompetenz, der Dokumentation, noch mehr starke Fähigkeiten in den Bereichen Analyse und Wartung, Migration und Übersetzung. Mit dem Release 2022 teilt sich unser Multitalent deshalb in vier eigenständige Produkte auf. So bekommen Sie eine bessere Übersicht über die verschiedenen Anwendungsbereiche und die zahlreichen Funktionen sind klarer strukturiert. Dokumentation und Kommentierung übernimmt wie gewohnt der DokuPerformer. Systemanalysen und DataLinage bündeln sich ab sofort im SystemScout. Wenn Sie Ihr BW-System auf BW4 oder BWOnHANA migrieren möchten, dann können Sie das ab sofort mit Hilfe des Migration Roosters tun. Und für Übersetzungen von BW-Systemen ist der Translation Store zuständig. Weil alle vier Produkte sich immer noch bestens ergänzen, werden sie auch weiterhin kombinierbar sein und zusammen untergebracht. In der Performersuite. Ein paar Dinge ändern sich natürlich auch in der Applikation, wenn aus einem Produkt vier werden. Wir haben die Änderungen aber auf ein Minimum reduziert. Das Application-Icon auf dem Desktop zeigt jetzt das Logo der Performersuite. Beim Starten der Applikation öffnet sich der neue Launcher, auf dem der separate Einstieg in die einzelnen Produkte der Performersuite möglich ist. In der Applikation selbst gelangen Sie oben in der neu angeordneten Taskleiste mit einem Klick zu allen Produkten, die Sie lizenziert haben. Wenn Sie mehr über Funktionen erfahren möchten, die Sie bisher noch nicht kennen, besuchen Sie uns doch mal auf www.performersuite.de oder sprechen Sie uns direkt auf eine kostenlose Testversion an.